Wo ist denn der... äh, patzt er schon wieder hin. Ach, da steht er noch. Äh, da kommt irgendein größeres Ding an. Eins, das ich töten soll. Mittendrin hier, weißt du? Erstmal alles töten. Ja, super. So, komm. Nein, das war verkehrt. Ich will doch hier noch... Ich brauch mehr Leben. Auch wenn's nur Kleinkram ist. Aber ich brauch es. Ich brauch es wirklich. Und der... Dingens wird attackiert. Oh, nein. Wieso denn jetzt? Warum? Das wird doch nix. Ich seh das doch schon kommen. Ja, super. Der Panzer Down. Da ist der Panzer Down. Da ist der Panzer Down. Ach, das ist doch kacke. Das ist doch Mist. Wirklich. Das ist richtig Mist. Das ist wirklich mehr als Mist. Ja, und ich bin halbtot. Super. Da macht es gleich viel mehr Spaß. Der Panzer wird ja gleich wieder attackiert. Ich brauchte nur das eine Hive. Lass doch das eine Hive nur. Nicht? Ja, lass den doch fahren. Wie so aggressive Autofahrer, weißt du? Da kehren ja auch unbedingt jeden, den sie kriegen. Die geben verdammt vier Lebenspunkte, wenn man mal dazu kommt. Na, war das Auto im Weg. Ja, gut. So kann ich natürlich auch den Panzer zerstören. Das Spiel ist echt anstrengend. Und das nicht auf eine positive Art und Weise. Also wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Und da hinten wird ja schon wieder attackiert. Ich sehe, es ist doch schon einer. Eine Lebensleiste. Ja, ich komme nicht dazu, irgendwas hier zu greifen. Ich schmeiße gleich die Kontrolle in der Ecke. Ehrlich. Das ist scheiße, ist das. Das ist wirklich einfach nur ätzend. Und dann trifft man versehentlich den Panzer, weißt du, und denkst du nur so, warum? Der Panzer ist halb tot. Das wird nichts. Das wird sowas von gar nichts. So, warte. Gehen wir mal hier hin. Und jetzt machen wir mal den hier. Nein. Den hier machen wir. Falls der Panzer jetzt nicht zu weit weg sein... Nein, falls er weg genug sein sollte. Ich hoffe es. Theoretisch. Ja. Praktisch. Hat's nicht gereicht für den Freak. Kommt schon. Ich kann es schaffen. Irgendwie. Ich weiß nur noch nicht, wie genau. Dann kommt noch so einer. Warte mal. Mach ich nochmal? Ich hoffe, dass der Panzer immer noch weit genug weg steht. Noch sieht's gut aus. Da kommt noch so ein Freak. Geh, wo du wohnst. Geh, wo du wohnst. Geh doch bitte einfach, wo du wohnst. Und das ist nicht hier bei mir. Nee. Also ganz ehrlich. Nee. Okay. So, reicht das jetzt? Oder muss jetzt noch einer kommen? Bitte lass mich ein Checkpoint haben oder sowas. Jetzt hätte ich fast den Ding ins Angehauen. Wow. Das ist aber, müssen wir jetzt wahrscheinlich da rein, ne? Da mal rein da. Aber er hat mehr Leben als vorher. Das finde ich auch super. So, und jetzt? Einfach mal draufballern. Ja, sieht gut aus. Okay. Ich dachte, ich war aber ein Chor halt. Na egal. Dann müssen wir wohl noch ein kleines Stückchen selber gehen. Ich hoffe, die beschützen mich hier einigermaßen. Nein, natürlich nicht. Die sind bestimmt voll aggro auf mich. Das muss ja auch nicht sein. Ganz ehrlich, ich will euch doch gar nichts Böses. Oder eben, ihr verdunkelte sich. Und alle nur so. Gut. Gehen wir einfach geradeaus durch. Das wird super. Das wird richtig fabiös. So, und jetzt? Na kacke, da ist wieder so ein scheiß Tentakel. Alles getroffen? Sieht gut aus. Mission complete. Na endlich. Where is she? She's with us now. What the hell are you? The reason. What the hell are you doing? What the hell are you doing? Everything. Jetzt küsst euch. Könnt er nicht. You hurt me. Also vorher fand ich sie attraktiver. Achso. Sie ist noch sie selbst. Sie hat nur jemand anders geschworen. Na die Lecke. Die Fize ist das Supuim Hunter. Ja, super. Warte mal. Wir haben doch hier wieder so viel rumliegen. Einmal getroffen. Schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Supuim Hunter Stunt. Ist das gut? Ah Gott. Wir müssen ihn auch noch hier attackieren. Hier per... Per X drücken. Moix drücken. Okay. So, warte mal. Machen wir den hier. Mal sehen, ob ihn das hier auch einigermaßen Schaden macht. Sieht gut aus. Vom Prinzip her. Aber nur vom Prinzip. Wut? Ach, kacke. Und nochmal. Solange ich hier noch den Super Mars gedöhnt hatte. Einfach mal ausnutzen. Ja, super. Dann. Mal rein hier. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Ja. So. Überlassen wir mal die Kontrolle hier. Nein, du sollst schon richtig zielen. Ja, so nicht. Also so schon mal gar nicht, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss da rein. 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 Ja, schön, wie er jetzt dasteht und erst mal nix tut. Ja, es sieht grundsätzlich sehr gut aus. So gegen so einen Panzer hat er kaum was auszusetzen. Okay, ich muss da raus. Okay, nein, geh wieder rein. Dachte, ich muss ihn jetzt da irgendwie per, per, per Dingens was machen. Per konsumieren. Aber ist nicht. Der ist einfach nicht drin. Au. Au. Oh, shit. Da haben mich einfach mal die Stacheln getroffen. Wo ist er denn eigentlich? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, ich will es echt nicht wissen. Aber kurz den Tentaken hier zerstören. Damit das schon mal erledigt ist. So, und das da müsste unser Ziel sein. Ja gut. So viel zu dir. Und jetzt drauf da. Nein, fertig. Es sind doch nur so ein paar Hits. Kommt schon. Was ist das für eine lebendige Pfütze? Er wird wiederkommen. Mit Sicherheit. Er hat immer noch dieselbe Leiche. Okay. Oh, das war eine einfache Mission. Bosskämpfe sind immer nie verkehrt. Aber trotzdem, ne? So. Ne? Also wirklich so. Ah, nur gut. Nicht meckern. Und froh sein, dass ich noch einigermaßen das Ganze überlebt habe. Aber wirklich so einigermaßen. Tavo sah es ja schon wirklich wieder sehr kritisch aus. Ich kann auch mal wieder gucken. Und doch bestimmt hier schon wieder irgendwas zum Dingens in. Äh. Tö, 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 tö. Tö, tö. Tö, tö, tö. 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 Healthboost Maximum. Schon habe ich nur noch 200.000. Das heißt, dafür wird es nicht reichen. Ähm. Ja, das sind alles so Sachen. Weißt du, da denke ich mir so. So toll finde ich die jetzt nicht. Ah, das können wir machen. Und dafür reichen meine Punkte natürlich nicht. War ja irgendwie fast klar. Konsumboost Maximum. Ja, das lohnt sich ja schon. Das irgendwie mal zu holen. Kriege ich mehr Leben von diesen kleinen Mistfächern. Das hier kann ich nicht, weil mangels Gedöns. Ja gut, und die ganzen Waffen hier, die interessieren mich eigentlich sowieso nicht. Ich benutze ja nicht so viele Waffen. Wenn, dann halt wirklich nur, wenn ich dazu gezwungen werde. Und sonst hier eigentlich eher nicht so. Nein, ich meine, wozu auch? Wir haben Superkräfte und sowas, ne? Dann brauchen wir nicht so ein Mist. So ein Mist wie Waffen. Also wirklich. Nun gut. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter mache, mache ich nochmal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Prototype. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020